So, ähm, weiter geht's. Wir haben jetzt mal den Eisschub erhalten, das muss sich leider wegschneiden. Ähm, stellt euch vor, wie alle Zombies, die gerade auf dem Bildschirm sind, werden wie von so einer Snoopy getroffen. Ähm, hm, und wir werden dann eben verlangsamt. Wir nehmen jetzt mal den und den und den. Und Gravebuster. Und Sonnenblumen auf jeden Fall. Ähm, den Hypnoshroom. Überlege ich gerade, haben wir den, ja, den nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie gut einsetzen. Okay, ähm, geht gleich mal wieder los hiermit. Pilzchen bauen. Zack. Ähm, mhm. Ah, genau da hab ich jetzt keinen hingebaut, das ist scheiße. Ähm, ja. Geht zum ersten mal ein. Ich wieder einen Lichtpilz. Ich glaub, ich baue mal nur Lichtpilze. Einmal kann man es ja mal probieren. Hm. Hm. Hm, naja. Ist mir da hier ein bisschen Sonne. Äh, Entschuldigung. So. Und da verpasse ich jetzt hier meine Sonne einzusammeln. Das ist natürlich klasse. Dann können wir hier schon die ersten Gräber basten. Zuck, und haben wir wieder. Ja. Jetzt, ne, sieht ziemlich lustig aus, wenn hier nur Pilze rumstehen. Und ich hoffe immer, die ersten werden bald wachsen. Ähm. Ja. Wow. Ah, da oben ist einer gewachsen. Das ist schön. Ja, die Nuss ist, hat Cooldown noch. Und da ist der zweite. Na, mal gucken, ob der Repeater das noch schafft. Oh mein Gott, Michael Jackson. Und jetzt beschwört er nämlich für uns. Das war nämlich sehr schön. Wenn man jetzt, äh, wenn man den Michael Jackson Zombie, ähm, durch den Hypnoschwung zu sich bringt, dann hat man eben diese ganzen Zombies, die er aus dem Gräbern hervorholt. Wie bei Thriller. Das ist so indirekte Werbung noch mit eingebaut. Und ich bräuchte jetzt mal ein Nüsschen, aber ich hab nicht genügend, sondern... Ah, der kommt ja gar nicht durch. Das ist ja schön. Äh. So, die Verteidigungslinie braucht noch ein bisschen. Und ich habe dafür jetzt... ...einen Gravebuster wieder. Oh, das ist die Final Wave. Das ist nicht so gut. Da werde ich jetzt so machen, dass ich mir hier die Michael Jackson kralle. Na los. Und hier unten... ...brauche ich mir einen Repeater. Genau, das sollte klappen. Oh, Diamant. Schön. Viertausend habe ich jetzt schon. Noch tausend, dann kann ich mir wieder ein neues... ...dings holen. Ich werde es jetzt einfach mal so machen. Dass ihr hier bitte reinrennt. Ach, egal. Die Sonne ist jetzt weg. Passt euch gegenseitig. Los! Geil. 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 Richtig geil. Der Doom Shroom... ...destroys a large area... ...leaving a crater in its wake. ...stellt es euch vor, wie ein Atompilz. Okay, den werden wir auf jeden Fall einpacken. Und das lief ja ganz gut mit der Sonne, dann lassen wir das gleich mal so. Und... Yo, let's rock. Oh. Ohne Gravebuster. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe bloß, dass die Aufnahme jetzt nicht zu lang wird. Ähm, weil ich vergessen habe, mir die Stop-O zu stellen. Dreck. Das ist... ...jetzt echt scheiße. Aber egal. Notfalls mache ich... ...zwei Teile draus. Wird ja auch noch gehen. Mal gucken, wann ich endlich mal freigeschaltet werde, um mehr als... ...15 Minuten hochzuladen. Soweit ich weiß, habe ich ja nicht gegen das Urheberrecht verstoßen oder sowas. Und deswegen wird auch ein Assassin's Creed Let's Play, was ich eigentlich vorhatte, nie folgen. Weil... ...bei vielen Leuten das einfach gesperrt wird. Ich weiß nicht, was Ubisoft da... ...für Probleme mit hat, aber... ...was will man machen. Ähm... ...deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich... ...auf die ganzen anderen Spiele ausweichen müssen, die es gibt. Nein! Ohne Assassin's Creed, da kann ich es gleich lassen. Da kann ich einen Account löschen und... ...muss noch Strafe dafür bezahlen, dass ich überhaupt so dumm war, ...einen Let's Play Account ohne Assassin's Creed zu machen. Nein, aber im Ernst, das ist ein schönes Spiel, aber... ...dass Ubisoft da solche Probleme hat, solche Probleme mit hat, dass einfach mal... ...jemand... ...ich meine, im Endeffekt ist es ja noch indirekte Werbung für sie selbst. So. Mal gleich wieder Nüsschen erst mal hier hin. Ist ja Wahnsinn, ich hab früher nie mit diesen kleinen Pilzen gearbeitet, die gingen mir eigentlich immer nur auf den Nerv. Ah, die sind ja doch ziemlich geil. Hier, mal das Grab weghauen. Äh, ja. Ich hoffe, dass ich mit dem Part hinreiche. Ansonsten wird's leicht doof, aber ist ja auch kein Problem. In Zeiten heutiger Technik. Die hat's den Arm abgehauen. Ach, wisst ihr was? Lass mal hier die Puffschwungs einfach so hin. Okay. Jetzt haben wir hier schon wieder vier... ...fünf große, das ist geil. Zack. Ähm. Ähm, ähm, ähm. So. Nächstes. Noch einen, also. Vom Fume Shroom. Zack. Und da steht er. Und da steht er. Oh, geil. Noch zwei. Dann haben wir wieder volle Sonnenproduktion. Noch einen. Jetzt können wir mal anfangen, die Gräber hier wegzubasten. Ja, ich hab die Repeater eingepackt. Ich dachte gerade, ich hab die Repeater nicht eingepackt. Das wär ja echt doof. Aber... Ist ja nochmal gut gegangen. Okay. Zack. 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 Jetzt räumen wir schon mal ein bisschen auf für unsere Repeater. Ich überlege gerade... Ich sitz mal in Doom Shroom. Drei, zwei, eins. Boom. Und die komplette Welle war für'n Arsch. Von den Zombies. Krasse Scheiße. Ich liebe diesen Pilz. Ich mein, ich kann jetzt so lange wie dieser Krater da da ist nichts bauen, aber... Der verschwindet ja auch irgendwann wieder. Na, schnell noch einmal Sonne. Der Verkehrshutmann. Riegt mich auf. Na, nehmen wir den. Der ist schon so geschädigt. Ähm. Ja, die Nüsse sind ja sogar noch da. Wunderbar. Verteidigung durchgezogen. Klasse. Läuft ja alles super. Okay. Ich muss einfach... Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht setze. Gibt doch keinen Grund dafür, die nicht zu setzen. Zack. Zack. Der überlegt sogar noch bis dahin. Ist ja Wahnsinn. Moment. So. Wieder da. Und... Dann basteln wir mal das Grave hier weg. Nein, nein, nein. Friss nicht. Ach, Scheiße. Das war dämlich. Er hat mein Gravebuster gegessen. Verdammt. Ach, der schöne Fumeshroom. Zack. Und wir haben die erste Reihe Repeater. Und ich probier's. Äh, und wie ihr seht, ähm, der Krater löst sich langsam auf. Na los, schnell, mein Gravebuster. Ja. Na, vielleicht schaff ich's noch, den letzten zu bauen. Von der Welle, genau. Hat ja alles geklappt. Und Mr. hier mit der Tür ist auch grad kaputt gegangen. Ähm, ich wär's ganz einfach machen. Jetzt hab ich nur die ersten. Ich wollte noch ein bisschen meine... ...Geschütze beanspruchen. Nein, er hat Pilz sie gefressen. Das war mein Freund. Okay, und was auf diesem Zettel steht, das... ...erfahrt ihr im nächsten Part. ... Untertitelung. BR 2018